Hallo liebe Eltern und willkommen zu einer weiteren Folge der Weg mit der wie Super oder Scheibenkleister. Wenn dein Kind wirklich nicht im Schlafsack schlafen möchte und sich überhaupt nicht in dem Ding wohlfühlt, habe ich heute mal ein klasse Produkt für euch. Nämlich, das ist der Schlafanzug von meinem Sohn. Nach dem Intro geht's los. Also liebe Eltern, wir hatten wirklich das Problem, dass egal welchen Schlafsack wir unserem Sohn angezogen haben, er einfach nicht darin schlafen wollte. Wir hatten das Gefühl, dass es ihn einfach in der Bewegung eingeschränkt hat und es daran gelegen hat. Auf unserer Recherche nach Alternativen sind wir dann wirklich hier auf diesen vier Jahreszeiten Schlafsack mit Füßen. Das besonders Praktische bei diesem Schlafsack ist, dass man unten einfach alles aufknüpfen kann. Ich habe jetzt mal ein Bein aufgeknüpft, damit ihr es seht. Und hier ist ein zugeknüpftes Bein, ein ganz normales Hosenbein, wie wir es alle kennen. Und mein Sohn schläft wirklich gerne in dem Ding. Es ist wirklich warm, es hält ihn auf jeden Fall warm. Gerade in den Wintermonaten ist es besonders effektiv für meinen Kleinen. Und er schläft wirklich eigentlich dann so gut wie durch. Und zwar besonders wichtig, dass es halt auch für alle Jahreszeiten gedacht ist, dass man das Ganze auch im Sommer verwenden kann, obwohl wir in den wirklich heißen Sommertagen ihn nicht verwenden. Ja, ich kann euch das Produkt nur empfehlen. Ich würde ihm definitiv ein Super geben. Gerade wenn eure Kinder nicht im Schlafsack schlafen wollen, kann ich euch das nur wirklich nur empfehlen. Wie immer findet ihr den Link dazu unten in der Infobox. Ich sag mal, danke fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, die Dinger mag ich. Und bis zur nächsten Folge.